Alles klar? Du machst gewöhnlich zwei, drei Brüche im Monat. Hättest du nicht Lust, dein Arbeitsgebiet auszudehnen? Für mich direkt zu arbeiten? Ich bin selbstständig. Ich nehme nur Steine. Nur Diamanten und Geld. Okay, ich mache dich in vier Monaten zum Millionär. Ich trage 150 Dollar Hosen. Meine Hemden sind aus Seide. Meine Anzüge kosten 800 Dollar das Stück. Ich trage außer meiner goldenen Uhr einen wertvollen, lupenreinen, dreikarätigen Brillantring. Ich bin ein Gangster. Glaubst du, ich hätte nur darauf gewartet, dass du endlich vorbeikommst? Willst du heiraten und Kinder haben? Ja. Hey, du bist gemein. Herr Pfoten weg! Ich meine, was ist denn so ungeheuer attraktiv an deinem Leben? Und deshalb möchte ich dich fragen, ob du bei mir bleibst. Also los. Da ist was schiefgelaufen. Ich will mein Geld. Wir sind deine neuen Partner, sagen wir stille Teilhaber. Ich bin der Letzte, der hier verschaukelt wird. Du wirst bezahlt und wirst machen, was ich sage. Du tust, was ich sage. Du hast doch keine Ahnung, was dir der nächste Tag bringt. Du kannst vielleicht getötet, entführt oder überfahren werden. Was ist los mit dir? James Kahn, der Einzelgänger. Du harst du, wenn du dir das. Du bist schiefgelaufen. Du kannst du dir das. Du hast du, wenn du dich schiefgelaufen. Du kannst du, wenn du dich schiefgelaufen.